ihr seid ja auch schon da ja willkommen auf der langsam wird der witz blöd ja ich habe ich habe den kramer und wird hier das heck damit muss ich jetzt nach 1 die 1 sind da ich weiß bescheid du was wir machen mal eben so ein bisschen die lage ballen in mission haben wir jetzt ja entschuldigung ich hätte natürlich auch mit die porsche fahren können ich mir gedacht dauert jetzt eventuell vielleicht etwas zu lange war so mein gedanke also wach bin ich seit kurz vor fünf aufgestempelten kurzen aber ich habe ja so jetzt muss ich mal gucken so gemacht ja ganz schön ganz schön ausladen das geräte ja 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 Ach, Emil, bitte, guck. Oh, la, 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 la. Halt, 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 halt. Ich mach hier alles kaputt, ne? Seht ihr mal? Ich komm nicht weit genug rum. Ich zeig mein Auge wieder an mit dem Kopf. Ich wege wahnsinnig. Ja, so ist er mit den alten Leuten. Überall haben sie Zipperlein und Zipperlein und überall zwickt und zwack und hier was für die Jammern und da was zur Stöhne. Ach, nee, nee, nee. Die Uhr liegt es. Das gibt mir eine Aktion hier. Oh, ey. Ich ahne, fürchte das ist. Also die Bremsen bei dem Eicher sind wirklich nicht die Besten. Da musst du ganz schön, bis der mal reagiert, auch mit der Schaltung. Also da musst du nochmal einen General überholen. Aber wo finde ich jetzt einen General? Flachwitz. Flachwitz. Ein Flachwitz. Nichts stehen lassen. Nichts hat mir näher was fehlt. Flachwitz. 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 Ach, Menor. Hmm, hmm, hmm. So, jetzt machen wir das mal richtig, jetzt fahren wir nämlich anders hin. Ob ihr jetzt hier richtig steht, werdet ihr sehen, wenn das Licht angeht. Eins, zwei oder drei. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, da haben wir alle Schaden rundherum, weil wir uns das angeguckt haben. Wir müssen wirklich in die Haare raufen. Jetzt auch nicht mal da höre. Na ja, egal Karl. Wir fahren hier weiter unsere Runden auf dem Land und gut ist. Wir nehmen gnadenlos das Gras nieder. Wir metzeln es förmlich. Ne? Verstehst du? So, nieder. Ja. Aus die Maus. Klappen wir den auch wieder zusammen. Und dann bringen wir der Gerät wieder weg. Ja. Ja. Eine der Geräte. Wie ... Bum 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 bum. Bum 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 bum. ab wird verkehrt man auf Wir sind ja nicht doff, wir fahren quer über Lauf. Nein, oah, da war auch nur kacke. Du wolltest absenkenst, der Kaka, ne? Eine wilde Kurbelei im Lenkrad. Wenn ich jetzt eine Mission mache, mache ich ja, bin ich denn jetzt eine Mission? Weiß das jemand? Kann man da mal eine Auskunft geben? Würde mich mal interessieren. Oder ist das wieder ganz was anderes? Fragen über Fragen? Nein, 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 nein. So, Bestellung setze ich in die Position. Geht alles anbauen, ne, ist ganz wichtig. Ne, der muss mir anders anbauen. Tut mir leid. Aber so geht das nicht. Tü, 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 tü. Dass ich der Frühricht bin. Dass ich so tödlich bin. Da muss man so ein bisschen durch den Push fahren. Ein bisschen nur. Der muss ja auch immer gekämmt werden, ne? Der will ja auch schön sein für Ostern und so. Haben wir ja bald. Oh, immer schön in die Ecke rum. Dann fahren wir auch in die Hecke rum. Ja. Ja. steh bleibt ganz ehrlich landwirtschaftliche fahrzeuger noch nicht vor vorrang wollte ich sagen bleibt stehen da muss er ist ja nicht in gang für so einfach stellen sie das immer so einfach vor drängeln machen und tun macht ja auch noch meine arbeit was soll man dazu sagen ja das ist im alter kommt man nicht mehr so gut rum weiß es wird schon mal noch ein bisschen nachsitzen oh baum ich sage ihn kaum den baum darum wollte die schilder klopfen dann sagt sich das schild ich gehe mal weg das hat ja kein zweck sie ist schön hier oben kommst du wohl Sohlele. Es ist eine langjährige Arbeit. Ich meine, gut, ich hätte jetzt noch den größeren Spalern nehmen können, aber das wollte ich nicht. Ich habe es nicht gewohnt. Ich habe es nicht gewohnt. Das hier mit der Schaltung, das dauert ja, bis der umschaltet. Das ist ein Oldtimer-Getriebe, das braucht etwas länger. Da habe ich schon der Gefühl. Ich mache das jetzt anders, gell? Das mag jetzt politisch nicht so korrekt sein, aber ich mache es jetzt einfach so. Ich habe es nicht gewohnt. 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 Nein, ich habe es nicht gewohnt. Ich habe es nicht gewohnt. Aber ich habe es nicht gewohnt. Oh, ich hab da links noch die große Schwader stehen, aber dann eher. Wir haben ja gesagt, wir machen kleine Maschinen und ich werde das eben halt so ein bisschen auf eine etwas größere Weile, werde ich den größeren Schwader einsetzen. Und ansonsten hier das etwas kleinere Gerät. So, sehen Sie, wie Sie sehen, sehen Sie absolut nichts. So, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen Spaß gemacht und war nicht zu langweilig. Und wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir die Ballen pressen und wegbringen. Mal gucken, was da noch in Zeiten überbleibt. Also, bis dahin, macht es gut, schönen Tag euch, ciao, ciao.